Gegen solche Deppen hier kann man auch mal... Also anscheinend... Molze noch mal zwischendrin. Säbelschuss, abgesägte Schrotflinte und Machräter. Schöne Sachen. Abgesägte Schrotflinte. Machräter. Komm mit mir! Jawoll ja! Weiter so, Manuel! So. 3, 2, 1, go! Ganz schön heftig, ey. Boah, es ist das Auto kaputt gegangen, es starrt. Wir kommen noch nie lebend raus. Oh mein Gott! Ich denke, alles ist viel schlimmer als erwartet. Bist du Teufel? Los geht! Ab geht! Machen wir alles im Weg Platz! Jaaaaah! 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 Jaaaaaah! Hey, du eine Kämpferin! Lass sie gehen! Das wird lustig! Du weißt, wie ich sie mag, Mel! Jaa, du weißt, wie ich sie mag! Jung, dumm und voller! Und voller! Weg mit den Dreckspfoten! Hey, ich sagte, lass sie gehen! Party Time! Wir sind... ...Wirder! Hey! die bringt er glaube ich wenig dann doch eher so ich habe sie auch Mehr noch! Ja, dieser Herr hat keine Chance! Sieh zu mir in Angst! Halt sie in Stütte! Ich bin Spakial! Ich bin Spakial! Scheiße! Nein, 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 nein! Wieder einmal immer noch schön vorn abrollen! Immer schön noch vorn abrollen! Immer schön noch vorn abrollen! Snack aufheben! Snack essen! Nice! Noch mal! Wenn's geht! Molotov Cocktail! Molotov Cocktail! Kann ich schon noch was zu fressen, noch was zu fressen! Jawohl! Bier hier! Shit, nein! Pizza! Hotdog! Genau, genau, genau! Genau, genau, genau! Wie sind's denn noch? Oh Gott, sind das viele! Wie viele sind denn da, so ihr habt ja einen Klaps? Nie! Wir haben hier ein Schaffes! Not! Wooo! Scheiß es euch nicht! Ah! Oh, jetzt war es oben weg! Inwiegend gegen jemanden zu werfen! Hab die Gegner! Sie sind wie immer! Oh! Ah! Inwiegend gegen jemanden zu werfen! Was ist das? Aber ja, das ist auch wir ja, dass die Dächter ist. Ja, die. Ich rufe Ihnen auf den Arschloch. Hä? Heine Scheiße. Alter, ist das Assoziale. Oh, ich kotze! Was das für eine Scheiße ist? Komm her! Mann, ey, die triffst du nie! Wie kommen denn da noch? Sieben von zehn Biker besiegt. Ach, da! Mädel, komm noch mal her. Wo ist denn jetzt der scheiß Hamburger? Hier. Hier. Mir noch. 9 von 10 Biker besiegt. Scheiße. Scheiße. Stopp, nein. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ach genau, jetzt fahrt ich noch über den Haufen hier, Arschlöcher. Ey, ich raste gleich aus. Oh. Ihr legt euch mit der Falschen an. Sie hat mein Auge erwischt. Mann, die hat mir die Eier ins Hirn gerammt. Mist, Stück! Hey. Ich hab genug von euren Spielchen. Ich reiß dir das Herz raus, Mann. Oh, ja. Es gibt Ärger, Kleiner. Oh, ja. Oh, ja. Du bist tot. Hier kommt der Bar. Oh, du Boss. Oh, ho, 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 ho. Oh, ja. You bist tot. Yeah. Oh. Nein. Komm ran, du Lappen. Oh, Gott. Was haben wir denn hier? Frischfleisch. Wie sieht's aus, Jungs? Eine nette Überraschung, was? Kein Militär mehr. Keine Polizei. Keiner, der sich noch bei uns einmischt. Unsere eigene kleine Insel. Wir sollten uns beruhigen. Party! Das ist doch dezent anstrengend. Was hast du mit den Leuten gemacht? Du bist verrückt. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Anna, erlebst du noch? Ey, komm her. Scheiße, Anseln. Das wird gehen. Nehm das. Große Limo. Smack. Scheiße. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Du bist verrückt. Warum steht das da oben? Warum soll ich das sagen? Ja, geht schon. Du bist verrückt. Du bist verrückt. gohs. Jawoll. Komm her noch mal, du Sack. Durch den Finisher in dem Quicktime Event war es relativ easy. Mal sehen, was jetzt noch kommt. Wär das geklärt? Außer die tausend Zombies vorher. Klar. Zieh. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Ja. Fliehen oder sterben. Dann los. Oh, ich hab mir doch viel zu lange aufgenommen. Ich muss ins Bett, das ist 3 Viertel 1. Rotzer. Motorradwalzer. Schön. Kommt bestimmt erstmal noch eine Cutscene. Was ist das von? Nick, bleib unten. Diego, ponga su arma. Soy unic. Nick, mach ihn kalt. Er macht mich nervös. Klappe. Diego, ich bin's Nick. Nick? Nick, amigo. Gott, es tut mir leid. Endlich hab ich dich gefunden. Ich hab Schreie gehört und kam her. Ich suche die Werkstatt, von der du erzählt hast. Nick, Mann. Mann, es sieht echt mies aus. Wir sind am Arsch. Wo ist der Rest der Einheit? Die wurden von den Zombies zerlegt. Wir waren drüben beim neuen Museum. Große Ausstellung. Die Präsidentin war da. Wir haben total versagt. Plötzlich waren überall Zombies. Ich bin einfach weg, Mann. Jetzt bin ich desertiert oder so. Sie lassen keine Lust. Alles unter Quarantäne. Deshalb wollte ich dich finden, Mann. Du bist gut im Reparieren. Kriegst du das Flugzeug hin? Was war das mit dem Flugzeug? Dieser Sammler hat im Museum ein Militärflugzeug gestiftet. Meine Einheit sollte es bereit machen. Ich könnte es fliegen. Aber es muss repariert werden und braucht Benzin. Ich hab einen Schlüssel. Hier. Oh, Mist. Schön, dich gekannt zu haben. Mist. Nick. Baby. Du brauchst Zornbracks. Sofort. Oder du verwandelst dich binnen Stunden. Dein Freund und ich gehen zum Flugzeug. Mann. Es ist die Lagerhalle bei den Docks. Die findest du. Zornbracks, wo kriege ich das her? Wahrscheinlich in Inglton. Dort gibt es ein Krematorium. Leichenhallen haben immer Zornbracks auf Lager. Wegen der Toten sind die Tore versperrt. Nimm die Kanalisation. Finde es. Geh zum Krematorium. Du brauchst das asozial. Schön, dass du mich im Stich lässt. Mann. Naja. Ich brauch dringend das Dornbracks. Hier höre ich erstmal auf. Bis zum nächsten Mal.